Reicht so mit der Reichen oder mehr kriegt ihr da sowieso nicht hin, Freunde. Und es läuft richtig gut. Richtig geile Beine. Oh, jetzt bin ich schon fertig. Ab und zu dachte ich mal, er hat den polnischen gemacht, aber dann auf einmal, in irgendeiner Ecke, da war er wieder. Dann macht es auch Spaß. So, good morning. Diesmal ein Video nehme ich euch mit auf eine ganze Trainingswoche. Montagmorgen, 8 Uhr. Und das erste, was ich jetzt mache, nach einem Kaffee, ist die 5 Minuten Athletikroutine. Also, let's go. Ab auf den Teppich. So, Uhr gestartet. Ihr kennt die Übung, wer nicht? Ich habe sie sonst unten in der Videobeschreibung nochmal für euch verlinkt. Jetzt gibt es erstmal Frühstück und dann geht es nachher weiter zum Schwimmen mit Johann. Wahrscheinlich irgendwas um 12.30 Uhr rum. Mal gucken, was der Schwimcoach sich so ausgedacht hat für heute. So, Regen hört auf, Sonne kommt raus. Jetzt geht es hier schwimmen und Johann suchen. Benni hat gestoppt. Johann hat gesagt, er ist in 5 Minuten da. Das werden wir kontrollieren, Johnny Boy. Tick, tack, tick, tack. 12 Sekunden zu spät. Quatsch, ich muss ein Fahrrad abschieben. 12 Sekunden zu spät. Johann, was ist der Trainingsplan heute? Was schwimmen wir? 30 mal 100 all out. Nein, und jetzt wirklich? Nein, wir machen was Liebes. Was denn? Ich habe extra den Tempotrainer wieder eingepackt. Okay, was schwimmen wir? Sag's. Ja, wir machen wieder auf unser Pacing-Angaben. Wie viele Kilometer? Für drei Kilometer reichen, oder? Mehr kriegt ihr doch sowieso nicht hin, Freunde. Programm, Johann. Jetzt sag endlich das Programm. Einschwimmen, danach, also 400 Meter machen wir mal einschwimmen. Das ist eigentlich immer Standard. Maximal 500 Meter, wenn nichts zu faul ist zu rechnen. Deshalb machen wir 400 Meter heute, weil ich werde das Ganze natürlich mit betreuen. Danach 8x50 machen wir ein bisschen Technikübungen. Immer 25 Meter, so ein bisschen driggeln mit dem Pulver zwischen den Beinen. 25 Grauel. Danach machen wir drei Steigerungen. Einmal 25 Vollgas. Danach machen wir 30x100. Zehnmal machen wir ganz easy. Ja, unteres GA1. Zehnmal machen wir GA1 ungefähr. Und zehnmal GA1 Plus wird ungefähr sein. 1,20. Ja, für mich wird es sein 1,175 und 1,15. Und das versuchen wir ganz genau mit dem Tempotrainer auch 25 Meter immer zu schwimmen. So, dass wir bei der Wende den Piep hören und nicht Zuschauer angehen, sondern das ganz gleichmäßig machen. Das schwimmen wir auf 1,30. Ich hoffe, Nick schafft es. Ist jetzt schon schwindelig. Und danach machen wir nochmal 8x50 Meter Grauel Arme. Richtig mit Peddels am besten. Ich habe sie dabei. Nick, hast du auch gesagt? Nein, hast du nicht Bescheid gesagt. Tja, dumm gelaufen. Dann muss er wohl hinterher kloppen. Auf jeden Fall, wenn wir das haben, machen wir nochmal 200 Meter Grauel Beine. Das werden wir nämlich auch mal integrieren und danach ausschwimmen. Dann war es das heute. Dann haben wir unsere drei Kilometer aber sowas von geschafft. Das ist aber nicht bei vier Kilometer. So, los jetzt. Tatsächlich vier Kilometer voll gemacht, hier ein Johnny Boy. Er ist schuld. Ich kann meine Arme nicht mehr höher heben. Du kannst so lange das Handy noch heben, kannst du auch alles gut. So, good morning. Tag zwei hier. Die Enten quaken noch ein bisschen. Ich bin ganz viel kaputt nach Johanns Schwimmswet gestern. Ich habe das Gefühl gehabt, der hat Holys Podcast gehört mit dem Australian Spirit. Mit dem 30x100 als Main Set gesteigert, alle zehn. Jetzt steht ein lockerer Morninglauf auf dem Programm, am Ende ein paar Strides und ich warte jetzt, bis Johann da hinten um die Ecke läuft. Und dann drehen wir eine Runde zusammen. Also Trainingsbuddies wieder am Start und ich gucke mal, ob Johann hat noch ein kleines Geheimnis, ob ich den das heute entlocken kann. Oh, es ist warm. Aus geht's. Ist nicht zu warm angezogen. Wintermütze auf. Ja. Ich habe den Leuten erzählt, vielleicht lüften wir heute dein Geheimnis. Was? Welches Geheimnis? Ja, gucken wir mal. Was? Johann hat ein Geheimnis. Johann hat ein Geheimnis. Ich bin Schritt seiner Schraube. Oh. Johann. Ja. Das ist dein Geheimnis. Das sind ganz viele Geheimnisse, aber das Geheimnis, auf was du ansprichst, ist, Nick kann natürlich nicht alleine starten. Come back! In Frankfurt. Also muss ich mich da anschließen. Beziehungsweise, da werden wir nochmal gucken, ob ich es nochmal auf die schöne Insel schaffe. Also, nächstes Jahr, ich bin auch nicht in Nix-Altersklasse, starte ich beim Iron Man in Frankfurt. Deswegen ist erlaubt. AK40, Johnny. Ja, ist ja. Gut gemacht, Johnny. Ich bin schon fertig. Das coole ist, beim Iron Man brauchst du keine Strides, Johann. Ist das so? Ja. Nur aus der Westerzone raus vielleicht. Und nicht so attackiert. Wenn wir schon mal hatte gefahren sind. Ja, hoffentlich hängst du mich mit meinem Schumpen nicht ab. Nein. Ich fühle mich ja locker. Wenn du nicht wieder da hinten winkst, irgendeinem anderen, dann kommst du mit mir raus. Aber ich glaube, du hast da wieder keine Lust und winkst irgendwo rum. Können wir das nicht Frankfurt? Frankfurt kann man nicht so gut winken. Geh nur in Rot. Letztes Mal. So, komm, weiter. So, 9,3 Kilometer. Danke. Gerne. Und tschüss. Wieso habe ich eigentlich schon 11,15? Hast du irgendwo mal nicht richtig gestorben? Kann sein. Komm gut nach Hause. Ja. So, ab geht's. Letzten 200 Meter. Und dann bin ich at home. Jetzt erst mal Frühstück. Und der nächste Tag hier, Mittwoch, Tag 3 der Trainingswoche. Ihr seht schon, Setup ist aufgebaut. Heute geht's auf die Rolle. 3x6 Minuten Sweetspot stehen auf dem Plan. Ich ziehe mich jetzt um und wenn ich mich umgezogen habe, mache ich die 5 Minuten Athletikroutine sozusagen als Warm-up und dann geht's ab auf die Rolle, das Programm verhaften. So, Training beendet. Jetzt geht's ab aufs Rad. Oder Athletikroutine beendet. Jetzt geht's ab aufs Rad. So, ich sitze auf dem Rad. Ein kleines Ramp-up, dann die 3x6 Minuten Sweetspot. Und dann ist hier das Ding auch schon wieder rum. Hucki zucki. Und eins muss ich sagen, hier die Indoor-Workouts. So ist es schon eine 20 auf der Rolle, unkompliziert. Finde ich mega geil. Kann man super einen Tag einbauen. Und ja, gibt's noch keine Ausreden. Bin gespannt, wie es wird, wenn die Trainings länger werden. Also alles im Moment, chico. Puh, Ramp-up und eine Verwalt habe ich. Zwei kommen noch und die Beine waren schon mal besser. Ach so, ich hab's geschafft. 1,20 rum zur Analyse. Die Analyse sagt, 187 Watt im Schnitt. 119 Hertz-Frequenz im Schnitt. Ich kann hier nochmal Screenshot einblenden. Dann seht ihr es nochmal. Geile Session. Und jetzt schnell wieder, wie immer, nach dem Training essen und duschen. Das war's eigentlich für heute. Würde ich sagen, see you tomorrow. Ich packe jetzt hier alles zusammen. Fahr mit Tom nach Würzburg. Da haben wir morgen ein Shooting. Und mal gucken, ob ich es schaffe, morgen früh vor dem Shooting noch zu laufen mit ihm. Oder wie das aussieht, ich werde euch bei mir morgen bei euch in der Sekunde updaten. Dann wisst ihr das schon. So, wir haben gesagt, wir laufen eine halbe Stunde locker. Morgens noch ganz schön hier die Beine zu. Und Tami, der schlägt schon hier ein Tempo an. Oh Mann, da muss ich mich strecken. Schon schön hier. In Würzburg. Und wir haben die Hälfte schon. Wir sind schon wieder auf dem Heimweg. Es wird hell. Und Tom freut sich ganz doll auf die Croissants am Frühstück. Nick hat auch festgestellt, dass jetzt Intervalle ihn nicht schneller ans Buffet führen. Danke, Tommi. Auftaktlauf fertig. So, geschafft. Schnell frühstücken jetzt. Dann geht es ab zum Shooting. Den ganzen Tag. Und eigentlich wollte ich heute noch auf die Rolle. Aber das ist kritisch, ob ich das hinbekomme. Mal gucken, vielleicht fällt es auch aus heute. Neuer Tag, neues Glück. Das Radfahren hat gestern natürlich nicht mehr geschafft. Wir waren zu spät zu Hause. Und jetzt, der Freitag ist mir auch schon so durch die Hände gerutscht. Es wird schon wieder dunkel draußen. Es ist 16.15 Uhr. Das heißt, ich habe umgeplant und gehe jetzt noch schnell 8 Kilometer eine Runde laufen. Weil morgen früh geht es rucki zucki ab in den Zug nach Hamburg zum Live-Podcast mit Bocci. Da nehme ich die Kamera natürlich auch mit. Und wir gucken mal, was so in Hamburg abgeht. Sportklamotten packe ich auch rein. Und wir haben ein bisschen schauen, wie die Fischmark-Crew trainiert. So, 2 Kilometer geschafft. Und es läuft richtig gut. Richtig geile Beine. Fühlt sich mega gut an. Ich renne natürlich deswegen viel zu schnell. Gerade mit 4.40 unterwegs. Ich sollte eigentlich so 5.15 Uhr, 5.20 Uhr laufen. Aber mein richtiger Trainingsplan hätte eigentlich begonnen. Verrate es niemanden. Weil ich habe jetzt einfach Spaß und lasse es laufen. So, 6 Kilometer geschafft. Langsam wird es anstrengender. Aber ich bin ewig nicht so schnell gelaufen. Es fühlt sich an, als wenn man fliegt. Richtig geil. Aber auch viel zu schnell. Egal. Ich ziehe es jetzt durch. Bis zu Hause. Bis Kilometer 8. Ach, Kilometer 4.41. So, in Hamburg angekommen und da ist der Pro. Moin, moin. Fred hat gestern schon das Off-Season-Race gewonnen. Und hat mir gerade erzählt, er hat nicht geschlafen. Podium gemacht. Er konnte nicht schlafen und ist deswegen einfach direkt nach dem Feiern laufen gegangen. Das heißt, Laufen hat er schon erledigt, weil wir gehen jetzt nur eine Runde schwimmen. Wieso gehst du laufen und nicht schlafen? Ja, ich war um, ich glaube, halb sechs hier im Hotel. Da habe ich versucht, eine Stunde so einzuschlafen. Und dann habe ich gedacht, ich kann nicht schlafen, gehe ich direkt laufen. Und danach kurz gefrühstückt und dann konnte ich super schlafen. Aber auch nur so zwei Stunden. Aber ich bin mega fit. So, ich habe schon die wichtigsten Geschichten von gestern gehört. Aber die dürfen wir leider nicht auf Kamera erzählen. Jetzt geht es schwimmen und erst mal einen Kaffee trinken, oder? Hast du schon die Kaffee-Lokalitäten ausgecheckt? Ja, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es gibt hier die Roasters-App. Und da sind alle guten Kaffees in Hamburg. Auf der Karte, oder? Junge, du bist so ein Local. Da suchen wir uns jetzt gleich hier das nächste aus, oder? Das heißt, Playground Coffee St. Pauli. Gut. Let's go. Und zurück. Wir konnten natürlich im Schwimmbad nichts filmen. Vier Kilometer sind wir geschwommen. Was haben wir geschwommen, Fred? 601, 30 x 100, 400 aus. Stumpf ist Trumpf. Stumpf ist Trumpf und macht schnell. Geile Location, Alter. Fred, arbeitest du auch ordentlich? Hier muss man echt noch was tun. Für sein Geld. Es ist schön hier, ne? Jungs. Oh, Mikro ist aus. Schade, schade, schade. Gibt es einen Raceplan für heute? Pacing-Strategie? Pacing-Strategie. Also, ich muss sagen, ich bin überrascht von Nils. Hab ehrlich gesagt nicht so viel von ihr erwartet gestern bei der ersten Party. Und bin mal gespannt, wie wir jetzt heute beim Dirty Doppel performen. Also überall. Du warst positiv überrascht? Ich war positiv überrascht. Ich habe immer Ausstür gehalten. Ab und zu dachte ich mal, er hat den polnischen gemacht. Aber dann auf einmal in irgendeiner Ecke, da war er wieder mit seiner Frisur. Kam die Porn und Goldlöckchen wieder nach oben. Kurze Frage. Seid ihr nervös? Ja, ich schon. Ich gib's zu. Seid ihr nervös? Ich gib's zu, ich bin nervös, ja. Ihr seid ganz schön rot. Kein bisschen. Ja, der lügt. Das sind die Nachwehen von gestern. Der lügt. Achso, ich dachte, das wären die Lampen hier, aber na gut. Entweder er ist Profi oder er lügt. Bist du wenigstens nervös? Der Tourplan. Ne, gar nicht. Tatsächlich. Ich weiß ja, dass ich hier mit Leuten vom Fach arbeite. Bist du nervös? Ich bin nervös. Ich habe nur Leiharbeiter vom Fach engagiert für hier. Für die Party danach. Das sagst du recht. Würdest du sagen, so Mitleid im Rennen mit anderen Adänen und Konkurrentinnen, damit kannst du was anfangen? Mitleid? Ne, also ich war schon so ein Rennviech, würde ich sagen. Also im Rennen habe ich dann schon... Ne, da gab's keine. Mitleid gab's damit. Damit du vorbeiziehen und dann macht das auch Spaß. Los, los. Fertig werden. So, ausgeschlafen. Wir sind natürlich dann eigentlich nach dem Kinoabend zurück. Oder was Kinoabend? Nach der Multicultri-Tour sind wir direkt zurück. Haben gesagt, heute ist Training und sind dann direkt ins Bett. Und genau, jetzt sind wir ready für eineinhalb Stunden Longgang. Sunny Longgang. Keine Ahnung, wovon der redet. Bocki wartet schon unten. Mein Magen dreht sich noch. Aber, wir haben gesagt, wir gehen jetzt eine halbe Runde, äh, halbe Stunde laufen. Halbe Stunde laufen, duschen, frühstücken. Ab geht's. Ich nehme nichts mit zum Filmen, weil ich kann nichts halten. Red, nimm ne GoPro mit. Red, du kannst ne GoPro mitnehmen. Ich habe ein Handy mit. Ich habe Bock. Ich habe richtig Bock. So, Leute, das war's. Aus Hamburg zurück. Und, ähm, ich schaue mir am Rechner jetzt nochmal kurz die ganze Trainingswoche an. Was ich so fabriziert habe die Woche. War noch nicht viel. Aber, das ist die erste wirkliche Trainingswoche, wo mal so regelmäßig trainiert wurde. Das heißt, äh, das machen wir jetzt häufiger. Ich habe schon gesehen, ein paar Mal habe ich es verkackt mit der GoPro und beim Filmen von Johnny. Mit dem neuen iPhone, mit dem Active Track Mode. Also, ich muss noch ein bisschen Vloggen üben. Das mache ich jetzt, die nächsten Wochen mit euch. Und, äh, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, hier unten liken, abonnieren, Glocke drücken, kommentieren. Und, ähm, dann sehen wir uns nächste Woche, Montag. Wie immer, tschö, tschö.